Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr da seid und euch heute den Zirkus präsentieren können, der hier in einem halben Jahr Arbeit vorbereitet wurde. Ein halbes Jahr haben die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte daran gearbeitet mit zwei Zirkuspädagogen, nämlich mit der Tanja Kiese, die gerade rausgegangen ist, und mit Thomas Schäffer, der hier an der Technik sitzt. Ihr seht hier die Frau Streicher und die Frau Frohwald, die sind die Klassenlehrerinnen von der 500b und draußen sind noch Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer von der 5c, die Frau Paternoster und der Herr Schweiger. Die und die Kinder haben ein halbes Jahr geprobt und geprobt und geprobt. Viel, viel, viel Scheiß, viel, viel Arbeit und jetzt mündet es in eine ganz, ganz großartige Aufmerung. Ich bin total gespannt, ihr hoffentlich auch, und jetzt wünsche ich uns allen ganz viel Spaß. Ich bin total gespannt, ihr hoffentlich auch, und jetzt wünsche ich uns allen. Ich bin total gespannt, ihr hoffentlich auch, und jetzt wünsche ich uns allen. Ich bin total gespannt, ihr hoffentlich auch, und jetzt wünsche ich uns allen. Und jetzt wünsche ich uns allen. und jetzt wünsche ich uns allen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020